So, Mahlzeit Leute! Ich möchte euch nur ganz kurz ein kleines Outdoor-Camping-Grill-Utensil vorstellen, und zwar den Edelstahl-Multi-Topf. Das ist eigentlich ein ganz nettes kleines Teilchen mit einer Doppelfunktion. Einmal kann man das schön nehmen, hier diesen abnehmbaren Griff da hinschrauben, man kann das jetzt hier schön über sein Feuerchen, Gaskocher etc. nehmen, als normaler Topf, schön auch mit Deckel drauf, das ist jetzt der ganz kleine mit 0,8 Liter Fassungsvermöge. Da da vorne aber hier so einen schönen Ausguss-Schnabel hat, kann man auch hingehen und sagen, klassischerweise, man dreht den Griff gerade um, schraubt den andersrum hin und hat dann einen klassischen kleinen Teekessel, zum schönen Teewasser, Kaffeewasser auszugießen. Kann natürlich auch so rum, schön auf den Gasbrenner, Espitkocher, offene Flamme stellen, wie auch immer. Und zum Transport kann man den auch ganz runter machen, dann nimmt es wenig Platz weg und man verliert auch nicht den Deckel. Der ist auch nicht viel schwerer, wie einer aus Alu. Schöne Edelstahl-Version. So, das war ganz kurze Mittags-Action. Der RELAX Outdoor Küche Multitopf Edelstahl 0,8 Liter. Ah, schön auch mit Maße, Außendurchmesser 15,8 cm in 12, Höhe 8,5, Gewicht 270 Gramm. Echt? Hätte ich jetzt leichter gedacht. Aber naja, hier ist es drauf. Kostenpunkt 19,90 Euro. Ich werde mal einen Link drunter hängen. Finde ich ein ganz nettes kleines Edelstahl-Töpfchen für unterwegs. Man muss ja immer und überall in der Lage sein, sich seinen Kaffee zu machen oder kurz was zu brutzeln. Also Leute. Das war's aus der Mittagspause. Mit dem coolen kleinen Multitopf Teekessel. Topf in einem. Alle die Ohren steif. Viel Spaß. Wir sehen uns bei YouTube wieder. Bis zum nächsten Mal.